Ah, fuck you. Ihr hasst die. Hup! 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 Komm, sch- Jep! Dankeschön! Einen Energietgang können wir, glaube ich, auch noch zusätzlich, äh, nehmen. Will wir sehr gerne haben. Okay. Ja, gut. Schön, wenn wir mal einen Bereich wirklich gedanklich komplett abhaken können. Ich kann auch einfach einfrieren. Pass auf. Warte, ich will das mit einem geilen Schuss machen. Und dann, tsch- Puff! Ist assi, ich weiß. Aber hey, die fühlt sich anders. Was? Zum? Wie viel haltet ihr denn aus? Bitteschön. Wenn's ein Feuerigel hier. Ihr Igel. Nehmen wir Raketen, okay. Schön mit aufgeladen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, klar. Ähm, ach so, du bist eingefroren. Huah. Gibt ja auch nämlich Viecher, die farbig ähnlich aussehen, wie die eingefrorenen. Äh, äh, äh. Ah, die sind, ah, die Stinger sind das. Jaja, die können auch gar nicht so unpraktisch sein. Weil, wenn ich sie einfriere, kann ich auch damit problemlos höher gelegene Bereiche erreichen. Bin nämlich grad schon mal überlegen. Ich hab euch ja erzählt, es gibt hier, ähm, ein Item, was ich eigentlich gar nicht brauche, was ich auch so nie gefunden hab, was eigentlich auch damit vorkommen in Ordnung ist. Ähm. Ob ich das überhaupt einsammeln soll. Weil, das wird eigentlich eher nervig, glaub ich, wenn ich's hab. Aber okay. Vielleicht finden wir's ja, und dann kann ich ja immer nur entscheiden. Ösen. So, aber kann ich immer noch in die Anleitung mal kurz einen Blick drauf werfen. Ist also kein Cheaten, ne? Ist alles officially in der Anleitung hinterlegt. Okay, warte mal. Ich brauch' ich, glaub ich, als Hilfe. Als Hilfsplattform. So. Haha, ich bin so dumm. Ach, ja. Okay. Ah, komm mir auch noch nicht dran. So. Zack. Ach, ich bin schon, eigentlich bin ich schon geil, doch. Nein! Karma. Auf jeden Fall. Ach, nee. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Alles klar. Na, dann schnapp ich dich nochmal. Ey! Oh, dann müssen wir noch eine Runde warten. Und stirbt mir bloß nicht weg, Kollege, ne? So, und... Zack. Okay. Noch eine Runde. So, okay. Schau mal nochmal. Jetzt müssen wir quasi gleich über unserem Eingangsbereich, also über den Eingangsbereich zu einem Level sein. Und noch mehr Raketen. Hinterher kann das sogar nervig sein, als man sich denkt, okay, jetzt hab ich den ganzen Scheiß gemacht nur für Raketen. Okay, zehn Raketen ist okay. Aber im Endeffekt, mehr Raketen sollen wir es auf jeden Fall nie verkehrt. So. Hat Frank Royal damals sogar immer schon gesagt, dass mehr Raketen halt mehr Raketen sind. Und da hat er auch nicht Unrecht. So 125 Stück. Alter, wie viele haben wir jetzt schon bekommen, ne? Bei Quaid hab ich schon gedacht, ob das überhaupt noch ausreicht, die Raketen, die ich hier hab. Was zum... Warum kann ich das hier zerstören? Aber es gibt keinen weiteren Weg sonst, ne? Ne, sonst hab ich keine Möglichkeit, irgendwas weiteres zu zerstören. Na gut. Muss ich so akzeptieren. Vielleicht wollte mich das Spiel nur verwirren. Warum lebt das denn schon wieder? Ach, weil's mir Energie geben wollte. Das ist aber... Tets very nice. Nur noch 20 sogar. Und Raketen sind auch wieder voll. Mega. So, dann sind wir hier jetzt auch schon mal fertig. Gut, dann nehmen wir den nächsten Bereich, der jetzt nach links geht. Ich glaub... Ich überlege kann. Ich kann ja auch von links... Ich werde den Bereich nämlich nicht wiedererkennen, den ich... Wo ich ursprünglich herkam. Kann der ja auch sein. Ich weiß das nicht. Oh, wow, 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 wow. Ah, guck mal. Dafür brauch ich den hier nämlich zum Beispiel. Oder auch nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Ähm... Nein! Okay, der wird groß wieder. Der wird groß, genau. Ich hab ihn geschrumpft. Da, guck mal. Man kann den doch hier... Warum kann ich da... Aha! Geht doch. Wollte schon sagen. Und noch mehr Raketen. Oder? Geht da raus. Kack, Seepferdchen. Nein! Okay. Drei, vier, fünf... Könnt ihr euch doch in die letzte Aufnahme gehen, wo ich keine Raketen hatte? Ah! Hier gibt es nämlich den zweiten Eisbeam. Ich glaub, es ist der zweite Eisbeam. Ich meine ja. Ich behaupte, kacken, der reist ja. Ah, komm, was ich doch schon mal... Aha. Komm, wir holen uns den einfach mal. Einfach nur so, weil wir's können. Das heißt... Ne, ich versuch mir den anderen Beamen trotzdem zu ersparen. Dipp, 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 dipp. In der Anleitung steht nämlich drin, welche Kugel welche Eigenschaft ist, weil... Ich glaub, in späteren Teilen steht dann auch drin, von wegen, was ich dann auch bekommen habe als Item. Der nächste Teil ist auf dem Gameboy, ne? Der ist halt mit der Farbgebung eh ein bisschen schwieriger. Ach, du heilige Scheiße. Ja, die sind gar nicht so ohne, die Kügelchens. Alter, war das knapp. Heidewitzker. Blubb. Wo zum Teufel sind wir jetzt hier gelandet? Okay. Hup. Hup. Au. Drecksau. Äh, hä. Ja, ich bin selbst... Selbst schuld, ey. Ohne Scheiß. Bitte tau wieder auf. Tau bye-bye. Bye, bye, bye. Du hältst die Klappe. Hup. Hup. Okay, gibt's auch nochmal einen Weg, der in die andere Richtung führt. 현, HERK. Nur weil ich so ein Spacken bin, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Selbst schuld, echt, das ist echt das Problem. Nein, nicht schon wieder. Ich will dich doch gar nicht einfrieren. Das Älteste ist, man kriegt den ja auch nicht mehr weg. Bist du ja mal hier? Nee. Kann ich verjessen, doch. Leck mich. Was? Ja, okay. So. Mir ist es egal. Okay, so. Jetzt bin ich jetzt schon mal hier. Okay, bin ich auf den Sack. Das wirkt für mich wie der Anfang, ne? Also wo ich... Ich... Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist definitiv nicht der Anfang. Okay. So wird man auch mal klüger, ne? Okay, zweimal Energie. Nehme ich alles mit. Und einmal... Perfekte Mischung, echt. Wie Pommes rot-weiß. Nee, Pommes speziell ist noch besser. Schön mit so ein paar Zwiebelchen so oben drauf. Geil. Schön von so einer richtigen... Von so einer salmonellen Fabrik oder so. Von so richtig so, ne? Richtiger Imbiss. Das ist das Geilste. Ah, guck mal, noch mehr Raketen. Tada! Dankeschön! Du, 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 du. Jetzt hab ich aber gerade auch so ein bisschen ihre Orientierung verloren, muss ich sagen. Wo bin ich denn jetzt hier? Von der Map her, ey. Ich hab... Wie... Oh, scheiße. Wie bin ich... Wie bin ich gegangen? Noch mehr Raketen. Und ich hätte den Weg sowieso wieder zurückgehen können. Zum Glück. Ich war in einem eigenen Korridor, der nach rechts geführt hat. Und dann bin ich irgendwie irgendwo durchgeflogen und gefeilt und gesprungen. Ach Gott. Es ist keine Sackgasse. Das bringt mich in den nächsten Korridor. Schön. Ja, ähm, ne? Oh. Oh, 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 oh. Oh, okay. Okay, 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 okay. Ähm, ich bleib trotzdem erstmal oben. Ist gut zu wissen. Ich werd's wahrscheinlich vergessen. Achso, okay. Es gibt ja nicht mehr als das, okay. Entschuldigung. Aber das ist vielleicht doch einfach ein bisschen für... Für die Katze auch. Meine... Vorsicht! Ne, okay. Einen von den Bläschen, genau. Und der dritte. Gut. Ich glaub, das war da... Kam ich da her? Ich bin mir jetzt grad ernsthaft nicht so ganz sicher. Weil das... Also der Bereich gerade ähnelte sehr stark dem, wo ich mal herkam. Und die Raketen sind ja auch weg. Gut. Dann war ich hier schon mal. Sehr schön. Ey, ich bin froh, dass ich's wiedererkannt hab. Weil dann war das hier der oberste. Einen tiefer links. Den hab ich dann schon gemacht. Also da war ich... Da komm ich hier gerade her. Genau da. Und der nächste, der jetzt nach links führt, behaupte ich jetzt mal Kacken 30, dürfte der sein, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Der hier. Tada! Das heißt, wir gucken mal, was unten abgeht. Nein! Ist das auch der Bereich, wo wir herkommen? Ich weiß es nicht. Weil die sehen ja immer alle sehr ähnlich aus. Oh, rotes Springsfeld, der hier hier rausspringen müsste eigentlich. Aha, aha, aha. Ich hab doch gerade irgendwas Gründes gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen hab. Oder hab ich dich schon... Ne, ich glaub, ganz unten da kam man nämlich her, glaub ich. Wo wir gerade wieder zurückgegangen sind. Ich mein, hier müssen wir jetzt rein. Schauen wir mal. Es sieht schon wieder genau so aus, wo es da jetzt wirklich so ein rotes Moped ist. Ach, ich bin doch... Ich weiß es doch auch nicht. Einzige Dienste ist, wenn es hier irgendwo vielleicht mal Raketen gegeben hätte. Ja, okay, das hatten wir letztes Mal auch. Also ich versuche jetzt weniger, jetzt hier Sachen einzusammeln, irgendwie Energie zu farmen oder sowas, weil sie sind eigentlich ganz gut aufgestellt. mit drei Vollenergie-Tanks. Plus nochmal 40 extra Lebensenergie. Oh klar, das, was wir nur mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. So, mir ist es jetzt gerade erstmal wichtig, dass ich weiterkomme. Auch schade. Natürlich, ich halt auch! Mua! Oh, fuck. 20? 20! Oh, oh, oh! Oh, schauen wir mal. Na ja. Gut! Egal, würde ich sagen. Dann gehen wir halt wieder zurück. Hat jetzt nicht so lange gedauert. Springen! Hüpfel die Hüpf! Ja, danke. Muss nur komisch sprechen. Ich habe vergessen, dass es ja eine Frau ist hier. Stirb! Noch. Muss dit sein. Fafafafams. Jut. Tildit. Wenn wir ihn schon bei dem Bereich. Nein! Extra nochmal zurückgehen. Dafür lohnt es sich nicht. Aber wenn ich ihn dann so auf dem Weg so mehr oder weniger mitnehmen kann und dadurch dann vielleicht nochmal fünf Energiepunkte mehr zurückkriege. Hey, wieso nicht? So. Also war ich doch hier richtig. Oder werde ich vermutlich hier richtig sein. Ich habe an der linken Seite gerade irgendwas Grünes gesehen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht grün. Nein! Danke. Ha! Was hat ihr denn so komische Panzerkäfer? Dankeschön. Also für Energieversorgung sind die echt hervorragend geeignet. Ups, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Geht? Geht? Nehmen wir so einen Staubi. Genau. Staubi-Kopter. Ah, komm. Danke. Ja, das ist echt ein Witz jetzt hier, oder? Ich werde bekloppt. Hopp. Und auch das gab es natürlich in einem anderen Bauch. Ups. Ich habe mich zerstört. Es tut mir leid. Ich erlöse dich von deinem Leid. Ja, aber ich habe den Stein unterm Arsch weggeschossen. Und damit kommt er nicht so ganz zurecht. Wie man gerade vielleicht gesehen hat. Aha. Da oben. Mhm. Interessant. Ich wünsche dir, ob ich oben oder unten lang gehe. Wir werden gleich säen. Alter, was für ein fetter Bereich, ne? Ah, okay. Ich habe verstanden. Ja. Nein! Das war doch gar nicht mal so schlecht. Warte. Moment. Okay. Okay. Ah, scheiße. Hup. Mh. Ha, ha, ha. Ah. Komm. Quitsch ich da durch. Okay. Nein. Es geht alles wieder ab. Sack. Das heißt, im Endeffekt muss ich den ein bisschen besser platzieren, irgendwie. Ah, scheiße. Das ist zu hoch. Nein! Bleib. Komm her. Komm her. Komm her. Sack. Du willst auch die Klappe. Na, verflucht. Das frisst gerade ganz schön viel Energie, ne? Ja. 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 Oh, leck mich doch am Arsch. Ist der. Wo. Guten Tag. Mann. So komm ich mal auf Start. Noch mehr Raketen. Döööö. Und noch eine Raketenfraktion, so wie es aussieht. So, aber die Energie, die ich jetzt gerade investiert habe, habe ich jetzt schon wieder zurückbekommen. So. Okay, dann. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wo bin ich? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ähm. Ähm. Ja. Habe ich nicht hier schon alles gemacht? Ach, komm. Äh. Ja. Ich bin gerade echt so ein bisschen, äh. Ich bin gerade wieder auf dem Schlauch. Ich mag das Minenweg-Geräusch. Boah, okay, warte mal, mal kurz überlegen. Also am Anfang hatten wir nur den linken und den rechten Weg. Links haben wir eigentlich alles abgehakt, ne? Dann sind wir nach rechts gegangen, kamen in den Korridor und wir hatten mehrere Wege, die eigentlich nur nach links geführt haben. Und ich meine, es dürfte jetzt eigentlich der letzte gewesen sein. Und ich habe nicht gesehen, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, zu einem anderen Korridor zu kommen. Ha, 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 ha. Oh, ma, ha, 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 ha. Ja, ja. Ja, ja. Sag doch mal die scheiße Energie ein. Hast du jetzt klauen lassen von so einem Kackkäfer? Hehehe. Nein! Nein! Ich bin wahnsinnig. Fick dich doch ins Knie, Alter. Boah, da kriege ich ja echt Aggression, ey. Hui! Jo, ähm... Mh, 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 mh. Mh, le, wu, kusche, ja, weg, moh. Vielleicht kann man hier irgendwie nach unten. Ha! Oh, oh. Nice. Okay, das eröffnet jetzt natürlich schon wieder ganz andere Wege. Schön, dass ich es so schnell gefunden habe. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst gehabt. Gut, auch das kann jetzt nur sein, dass es nur ein Räumchen ist, wo ich jetzt rein kann. Wir fangen aber direkt mit diesem hier an. Okay, hier gibt es auf jeden Fall was Schönes für uns. Oh, da war ich hier schon. Hier gab es ein Eisbeam. Ja, bin mir nicht sicher. Es gab auf jeden Fall mehr von den Feuerspanien-See-Pferdchen. Oh, ups, einer zu viel. Mein Fehler. Mein Leben. Nein, ist das jetzt ernsthaft? Äh... Entschuldigung. Nein! Ah, ich glaube, das ist der Highjump. Oder der, äh... Moondjump oder wie auch immer. Ich glaube, wir können jetzt höher springen. Und eigentlich hätten wir jetzt erst die Möglichkeit, offiziell zumindest, äh, den Various-View zu holen. Das wäre jetzt weniger Schaden bekommen. Das tolle Teil. Was uns auch auf jeden Fall in Winzer den Arsch gerettet hat. Und auch hier den Arsch retten wird. Mehrfach wahrscheinlich. Beine. Nicht schon wieder so eine Kacke. Das hat lang genug gedauert vorhin. Warum nicht mit so einer Musik jetzt hier? Wobei, jetzt hab ich... Ja, okay, ich hab... Ich hab jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, wenn ich einfach von dem aus da drauf springe. Problemlos. Um hinzukommen. Ha, ist das schön. Ah, ist das toll. Tada! Tada! Boah, wir können echt mega hoch springen. Geile Scheiße. Ah, ha? Wo führst du mich jetzt hin? In einen weiteren Korridor? Okay. Okay, warte. Brr. Ich bin doch noch gar nicht fertig, oder? Fuck, Mann. Nee, bin ich noch gar nicht. Okay, muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich muss in den Korridor zurück, wo ich den Highjump bekommen hab. Ob ich's mir merken werde? Puh. Puh. Kann ich da nur sagen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ja, super. Das war klar. Das war klar. Ich hab's befürchtet, weil das ist... Also man merkt ja immer schon so ein bisschen tatsächlich den Aufbau von den... Vielen Dank.